Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BGFarm. Heute haben wir ein großes Team dabei. Der Hago, der Boxer, der Sepp, Sibus, Easy Smoke, der Nigo, der Sven, der Raster und der Lamy. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Irgendwie haben wir die Frauenquote nicht erfüllt. Was ist da los? Ja, wir haben Sepp dabei. Ah ja, das reicht. Ich bin ein weiblicher Charakter. Was? Ich habe heute eine wunderbare Aufgabe, ich darf Gas mähen. Ihr müsst mir nur sagen, wo bitte. Feld 92. Feld 92. Links, das ist doch mal eine gerade Aussage, weißt du? Ach, das ist ja hier direkt. Das ist doch gut. Ist das eine Silage-Mission? Ich glaube, ja. Nein, ist eine Heu-Mission. Alles klar. Man stellt die Presse anders ein. 92. Ach, guck mal, das ist das kleine Feld hier. Ja, gut. Das kann ich machen. Äh, was hat sich denn geändert, wie gesagt, zur letzten Woche, Jungs? Erzählt mal. Ah ja, jetzt. Danke, Schweizer. Danke. Bitte. Und noch mehr. Ja, was haben wir gemacht? Es kamen Schafe dazu. Oh, ja. Dann Feld 14, 59 und 4 haben wir gekauft. Weiß nicht, ob wir diese 49 und 16 schon hatten. Und das Schafe und so haben wir ja gekauft. Also doch einiges passiert, ne? Ja. Ist doch gut. Bekomme ich noch einen zweiten für die 92 oder muss ich das alles alleine machen? Da findest du dich sicher noch gerne, ja? Ja, bestimmt. Geräte stehen am Shop, aber Traktor müsst ihr selber mitbringen. Aber das wird schon. Ähm, wir sind gleich auf 46 fertig. Dann kommen wir zum Werner, ne? Kommen sie ran, kommen sie ran. Ich hab nur ne Presse, da muss einer dann... Ach so, ich bin noch am Leben, ne? Im Seen bin ich dann auch fertig. Aber ne, mich fragst du dann halt nicht mehr zu melken. Aber irgendwie leckt das heute ein bisschen. Äh, nö. Nö? Nur bei mir, ja? Ja. Ich hab auch einen schlechten PC. Ja, klar. Ich kann mal fragen, Markus, ob du das einen bekommst. Ja, nee, glaub nicht. Ich glaub, es sind schon andere fünf Interessenten davor. NSA und so. Weil man muss ja noch was zumachen. Ich glaube, das ist ein Problem hier, wenn ich das offen hab. Äh, oh Gott. Ja, da wundert mich ja gar nichts mehr hier. Haben wir geöffnet? Natürlich, nebenbei fahr ich Farmen, weißt du? Äh, das muss ich zumachen. Oh, ich hätte fast den Test geschlossen. Läuft. Ähm. Was brauchen wir noch an Material? Ein Heugender. Ein Heugender hab ich schon. Schwader braucht, ne? Okay, dann krieg ich schwaden. Ihr könnt euch ja noch ein bisschen chillen, ne? Ich bin nicht mal einmal rumgefahren. Ich hab irgend so ein Waldradding, das geht nicht so schnell. Ne. Warum nimmst du nicht unseren neuen Traktor? Okay, ich komm mal rüber und tauschen mal durch. Ja, der stand halt bereit bei der Mission, das ist immer noch, nehmen wir den mal, ne? Was soll denn? Ah, guck mal, da haben sich wieder ein paar gefunden. Na, habt ihr auch? Ja, genau, stechen wir durch. Jungs, habt ihr auch so kleine Maisdingens-Schneidwerke bekommen wie ich letztes Mal? Nein. Nee. Ah, das war extra, okay. Bisschen größer sind sie schon. Ah, ja. Die haben wir gossen und gedüngt, die sind noch gewachsen. Ja, genau. Die Woche wieder. Aber kam doch gut an. Ja, traumhaft. Ja, wir würden es sagen. Lamy, du kannst abliefern, ne? Wir haben nichts mehr. Mach ich. Darf ich fragen, woher der für Name Lamy kommt? Das darfst du, aber das sage ich jetzt nicht unbedingt. Okay, aber es hat nichts mit Fortnite zu tun. Nein. Okay. Ich bin wieder bedroht. Hier kommt mal ein richtiger Traktor. Okay, welches Feld war das danach noch? Oh, der große Bruder. Okay. Eigentlich keins. Wie? Eigentlich keins. Danach haben wir noch Weizenfelder. Das müssen wir dann zum eigenen Drescher. Alter. Kann ich deinen Traktor nehmen? Ja, ja. Ich tausch durch. Nein, muss ich da mal ein bisschen... Aha. Alter, das ist ja ein schicker New Holland, das du da hast. Okay, ist in New Holland, zum Glück. Dann kann ich ja den Drescher schon wieder zurückstellen, ne? Am Shop. Ja. Jetzt kommen sie alle an hier, weißt du? Ich habe für dich einen Heuwender wie reingestellt, Boxe. Oh, das ist ja so nett von dir. Kann ich endlich wie ein großer Mähnen. Dann hast du echt abgehangen gerade. Ja, ich habe einen Traktor getauscht. Ach so. Warte, jetzt hier nicht. Du fährst mit offenen Drescher rum. Also bitte, ne? Äh, Boxe, kommst du noch nicht durch. Ich muss gerade sagen, was machst du denn hier eigentlich? Ah, Moment. Moment. Dann musst du erst den Vorwärtsgang finden, oder was? Warte, das ist nicht so einfach hier. Hab ich. Ah ja, das ist schon... Das ist schon eine andere Musik hier, ne? Ich habe einen Schwarzschi gefunden. Da oben steht noch ein... Was ist denn das? Ein Waldrand? Alter, Schwiebel. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Ach, warum denn? Weiß ich auch nicht. Stehen ein paar Fahrzeuge bereit, die nur darauf warten, dass das Gras flach am Boden liegt. Das ist meiner hier? Äh, ja. Ich glaube, ich habe das Pöttinger-Schneiderk hinten verkehrt dran. Na, egal. Ah, das kennen wir schon von dir. Ah ja, danke. Ach, das muss jetzt Boxe machen, oder wie? Ah ja. Nee, ist sogar richtig. Ist sogar richtig? Ja, ich weiß ich doch. Profi, weißt du? Das ist wie, als wenn Boxe flügen, würde ich. Ja, ist richtig. Oh, da... Das war... Habe ich mir letztens noch eine Folge angeguckt, da dachte ich mir... Ey, sag mal. Große Weg. Der größere Traktor muss vor. Aber nicht das Sonnenbeumfeld ernten. Nee, nee. Ja, ja. Das gute Flügen. Na, Boxe und Flügen, ihr werdet keine Freunde mehr, ne? Nee, nee. Aber ihr habt doch auch so Spezialflüge hier. Oder so? Nee. Kontakt ertäuschen. Tiefenlocker. Dann passt schon. Ah, okay. Das läuft. Tiefenlocker sind ne feine Sache. Du brauchst aber auch massig PS, ne? Ja, ja, gut. Obwohl, Flüge... Doch. Ich würde dann immer Helfer einstellen beim Flügen einfach. Na, selbst, wohin geht die Reise? Na, ich schau mal, wie den Anhänger von Missionen auch hier kommt. Das war nicht schon mal wieder überhaupt schön essen können. Ist das ein T8, was ich hier fahre? Ja. Äh, ja. Alter Schwede. Hab ich ja frisch gekauft, so zu sagen. Ja, ja. Und ich finde, der rollt eigentlich nicht so gut. Der ist richtig gut, also wirklich. Ach ja, und im Vergleich zu letzter Woche sind wir schuldenfrei. Also keine Qualität zu mir geht. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Ähm, arbeitet irgendwer überhaupt auf Rutschlandfeldern? Oder machen wir jetzt nur Missionen? Ähm, Hago, Dinge. Ah, Hago. Hago hält die Fahne hoch bei unserem Hof. Ich hab hier im Augenblick meine Ruhe, weil ihr alle weg seid. Schön, ne? Soll ich reinkommen? Ja, das ist schön. Komm. Trinkst du heute Wärnchen? Börnchen? Wut ist das? Ein Weinchen. Ein Hörnchen? Nee, ich trink heute nichts. Ist auch ein Köhlerchen. Köh? Köhlerchen, na gut. Sag mir das um drei heute nicht. Nee, nee. Was willst du damit? Äh, du müsstest eigentlich die Eimte von der Mission drin sein. Gar nichts drin. Wo drin? Bist du denn hinverschwunden? Ja, schon abgeladen. Ist auch schon abgeschlossen. Hat sich ja einer privat eingesteckt. Ja, bei mir steht drin, nicht verkaufte Erträge. Ich hab die Vermutung gehabt, dass das mir irgendwo rumstellt. Erstmal für Boxen einen Traktor mieten. Boxen steht da. Äh, was ist denn der Teufel? Warte denn. Ja, ich schaue gerade wegen Mission. Oh, der war nicht schlecht, muss man sagen. Habt ihr? Ich hatte keinen Traktor mehr. Nee, steht aber nur da mit dem Zer. Das Geile war, ich hatte zwischendurch kein Internet und ich dachte echt, was ist jetzt los? Mein Traktor ist weg. Und Werder denkt sich, ich juck mich nicht. Ich muss weitermachen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht auf alle warten hier. Ich hab schon einen neuen Traktor weiter schickiert. Nimm mich. Oder? Kann ich hier nehmen? Gekostet immer. Gibt ja leider keinen Profi Hopper. Schade eigentlich, ne? Ja. Wo gab's den nochmal? Was für einen Teil? Profi Hopper Turbo 2013 war schon... Genau, ja. Den Turbo, ja. Alter, der war richtig Turbo. Ja, Boxen, gönnt ihr. Fahr mal richtig durchs Feld. Hey, der hat ja Pflegeberatung. Was hat der? Pflegeberatung. Alles klar. Ja, guck mal. Voltra. Rasta Moment, bitte. Leck. Leck. Leck, Leck. Leck, Leck. Krab doch weg. Ja. Es staut sich. Boxen runterklappen. Ach, danke für die Info. Ey, dich hol... Endlich hol ich auf, weißtu. Sieht ja lustig aus. Was denn? Voltra, Case, Voltra. Endlich mal Markenvielfalt hier. Ja, ich seh's in die Kommentare. Warum habt ihr keinen Fan gekauft? Haben wir doch zwei, oder nicht? Ja, haben wir. Ja, aber die sind nicht im Bild, weißtu. Achso. Da ist wieder die Diskussion groß. Kann man ändern. Nee. Pass auf, gleich ist dein Traktor weg und du musst den neuen holen. Nee, glaub, da geh ich euch nicht mal aus als Traktor. Das ist ganz gut. Aber Schweizer bringt ja schon einen Fan. Ah ja. Da, Fan. Sehr gut. Kannst ja wieder wegfahren. Einmal durchs Bild. Einmal durchs Bild, ja. Einmal durchs Bild. Fan haben wir gesehen. Hat noch jemand einen Johnny irgendwo? Äh, na. Nee, das ist so schwer. Johnny, gibt's ja noch nicht. Gibt's ja noch nicht, ist aber schade, Hago, oder? Mhm. Ah ja. Hago, wann kommt ein neues Video? Ich war im Augenblick am Schlosser nicht. Weiß nicht, ob ich sowas auch übertragen soll. Was hast du denn geschlossert? Äh, meinen Häcksler zurechtgebaut. Oh, läuft. Schneller gemacht. Nee, nicht schneller. Hochgetreten, Alter. Aber war richtig gut. Hat jetzt wieder eingebaut, damit er auch Gras hexeln kann. War richtig kurz dabei, jetzt wird der Ding 30. Easy? Ja. Äh, oder das, Tor? Welche, welches haben wir Traktor? Da geh ich sonst schon mal mit uns in den Märkenden, da die Krasballen fällt mir hin. Was hast du denn im Angebot, Traktor? Bant. Nee. Hast du es schon erwähnt? Danke schön. Netter Versuch, aber ja. Ich habe jetzt 200 PS Valtra, da nehme ich nicht über eine 50 PS Vend. Aber wenn ich erstmal so eine Action-Cam hätte, könnte das mehr wählen. Ja, dann musst du mir deine Adresse schicken, bitte. Ja, gerne. Sag an. Jetzt nicht hier im Chat, Harko, ne? So, ich wollte hier jetzt gerade schreiben. Achso, ja. Kannst du auch, aber da wird gewusst ja was anderes auch bekommen, wahrscheinlich. Hä? Hä? Wer ist das, Mann? Wie? So, wenn es sich jetzt im Chat schreibt. Vielleicht bekommt er dann statt einer Action-Cam zwei oder drei. Vielleicht. Frag mich. Harko, die Leute haben übrigens seine Musik gefeiert. Das stimmt nicht, auch zum negativen Anteil. Qua-quatsch. Ja, das waren die Fan-Pfarrer, die haben die Fähigkeit von der Lampel gehabt. Also ich finde, da hast du das Töchterchen schon nicht schlecht gemacht dafür, dass er das erste Mal war. Absolut perfekt. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich habe auch zu ihr gesagt, sie soll sich das nächste Mal gar nicht so viel Mühe geben. Ne, warum, kommt eh noch Kritik rein, vergiss es. Ach. Was soll ich sagen? Jemand wollte ich sagen? Ja. Ach so. Die Telefonnummer wolltest du noch haben von der Tochter. Ach, die habe ich da schon, Lenk. Ach so, hast du schon, wäre gut. Bist aber nicht Hargo verraten. Ne, ne. Ich habe nicht zugehört. Ja, besser ist. Ich habe ein Kind in den Ohren. Wo ist die 68? Neben der 67. Hm, hm. Doch. Ganz bestimmt. Die 68 ist recht zum Schaufen. Das ist so. Mal gucken. Wenn du mir lügen, darf man nichts sagen. Ein drischer Fahrer, ich habe noch für 86. Holgenommen. Geil. Der, 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 der Septer ist nur mal Disponent, weißt du? Jetzt haben wir die richtige Mission für Werner. Ach nee, warst du schon wieder? Kartoffeln. Richtig. Kartoffeln? Kartoffeln? Oh, da ist doch kein Problem. Vollernter oder, äh, Zweireier oder was? Zweireier. 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 Bin krank. Aber ich muss jetzt einen Job freiräumen. Wegen Husten bekommen sie keine Testwähner. Warum nicht? Obwohl, traurigerweise schaffen es einige. Eben. Wir mussten nur richtig husten, ne? Wir mussten husten, dass Bröckchen rauskommt. Dann ist alles gut. Also der Schlimmer muss schon davonfliegen. So musst du husten. Das ist ein Husten für Wachsene. Fertig gemäht. Tankkornst du. Traurig. Ich würde gar nicht im Takt sitzen bleiben, aber ich kann abhängen. Jetzt erstmal Traktor-Tausch. Nee, nix Traktor-Tausch. Aber erstmal Folgen beenden, das können wir machen. Wir sind fertig für heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe die Zeit nämlich im Kopf. Ich glaube Mittwoch. Kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschau. Tschau.